Hallo meine Freunde und willkommen zu Mardukracht Deluxe. Oder der Lachs, je nachdem was ihr alle so sagt, so mit Lachs und sowas ähnliches. Wie ihr seht, fahre ich gerade weiter und einer ist dazu gejoined, der Berix. Und das war ein schöner Start, muss ich sagen, von ihm. Von dem Shadow, der wäre super. Lol. Der so in der letzten Runde, im letzten Part richtig Lack hatte in dem Arsch. Ihr, verreckt dran. Ihr, verreckt auch. Und dieser Boomerang ist auch für den Arsch. Ich hasse ihn ja selbst. Verreckt bitte und komm mir nicht so nah, ja? Der hat auch einen scheiß Boomerang, fuck you. Fuck you! Schieß ihn bloß nicht nach hinten. Hau ab. Nee, da geh ich nicht lang, ich will das du beleid, Tim. Oh, ich hab schöne Dinger jetzt. Ja, na klar, wo ich sie gerade abschießen will. Nee, Blitz. Ich musste gerade meine Nase kratzen, das war gerade nicht so geil. Das kann doch nicht wahr sein, hier kannst du auch richtig ekelhaft so ein Ding nach... Oh. Ich hasse ja den Boomerang, er selbst, ne? Ich will ihn auch nicht als Item haben, weil es nervt. Aber er ist zu... Hä, wo ist er? Da hinten. Hier. Oh, geil. Eigentlich hast du mal dieses Scheißding. Hallo! Na, ich kann das auch gerade nicht so viel kommentieren gerade. Das ist... Hier, könnt ihr alle dran verrecken. Boah, da jetzt lang zu gehen, das... Okay, da ist Armin, rutscht da überall aus auf der Karte. Nein. Nein. Fuck you. Ich hab so... Alter. Ich hab ja mein... Ich hab mein Junior ja auch furios, alter, ne? Und... Ey, ich hab gerade so auf die Taste gehämmert, dass ich eben ein Item zum Blocken kriege, alter. Natürlich. So, noch mehr. Natürlich. Aber der eine wurde zerplatscht. Was will ich schön? Nein, ich will keine Münze. Was soll ich mit Münzen? Ich brauch ein Item zum Blocken. Münzen kann ich hier auf der Straße sammeln. Oder auf der Strecke, je nachdem. So, sind da die Bananen jetzt weg? Oder... Ja, lol. So, ihr könnt mich alle malen. Hier. Hier. Bringt zwar nichts, aber hier. Okay, zum Ende hin hab ich richtig viel Abstand gewonnen. Das find ich schön. Vor allem... Alter, was macht Wendy bitte? Die ist zwar ein Computer, aber so schlecht. Ich hab die auf normal gestellt, würde ich mal sagen. Ich hätte die auch auf schwer stellen können. Wär's auch witzig gewesen. Aber wir wollen ja uns ja untereinander umbringen und nicht von den Computern zerstört werden. Ich weiß nicht, ob die so gut sind. Keine Ahnung. Ich glaub, man kann das Turnier auch nicht nachhinein ändern, ne? Ich glaube nicht, dass das geht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und da kommt noch einer. Ich weiß nicht, ob man im Nachhinein der Louis... Ich weiß nicht, ob man im Nachhinein, ähm... ...das Turnier ändern kann. Das weiß ich nicht. Und ich bin die Kleinste hier. Ja, ich hab mich extra klein gestellt, weil einige von euch bestimmt eh größer sind als ich. Deswegen, ich glaub, ich weiß gar nicht, ob die Frisur genau passt. Schade, dass man nicht irgendwie so einen Scheitel noch machen kann, wo man die Farbe ändern kann. Ich will auch immer überlegen, ob ich, ähm, meine Haare wieder färben lasse. Dann muss ich mal wieder zum Friseur, wo ich mein Pony wieder blond färbe. Weil das ist komplett in die Spitzen wieder reingegangen, weil meine Haare jetzt ja länger werden. Ich hatte ja vorher ziemlich kurze Haare und jetzt lass ich sie mir lang wachsen. Lang färben, wollte ich schon sagen, aber ne. Komm, es wollen so viele Hyrule-Piste, ja? Dann kann die auch kommen. Ist nur gerechtfertigt. Fuck you-Spiel. Kennst du das Wort Mehrheit nicht? Das kennt es einfach nicht. Warum denn auch? Alle wollen Hyrule, Castle, aber nö. Einfach nö. Warum denn? Aber ich hab natürlich vor, trotzdem zu gewinnen. Ich kenn die Strecken zum Glück. Für einige, die nur Mario Kart 8 ohne DLC gespielt haben, wäre das vielleicht ganz witzig. Und kennenlernen, die Strecken. Aber ich hab ja den DLC ja schon auf der Wii U gekauft. Hätte ich das vorher gewusst, dass es auf Mario Kart 8 Deluxe irgendwann aufs Switch gehen würde, oder hätte ich's nicht getan? Aber das weiß man ja nie. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, leider. Ich hätte ja, ich hätte mit dem Pilz die abgezogen gehen sollen. Ach, was soll's. Daran hab ich jetzt nicht mehr gedacht. Ich will auch das Double Item. So, ich wollte direkt Armin haben. Ey, du bist bei mir getroffen worden. Und er hat ein Item zum Blocken. Hier, verreckt alle an dem schönen Boomerang. Der ist richtig scheiße. Deswegen spiele ich ihn ja auch. Ah, das war Kacke von mir. Ich will hoch. Ja, ich will nach oben. Ah, 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 ah. Schön in meine Dinger reingelaufen. Finde ich toll. Ich muss mich nach vorne lacken. Hier. Verreckt. Aber der weiß das ganz genau, ne? Der weiß das ganz genau. Er will mich mit der Hupe treffen. Ich merke das. Der will mich unbedingt mit der Hupe klatschen. Tu es nicht! Tu mir das nicht an! Naja, Risiko besteht auch daran hier. Ähm. Ist er daran jetzt gestorben? Keine Ahnung. Ich gehe immer diesen Weg. Ja, er ist daran krepiert, glaube ich. Deswegen hat er seine Hupe weggeschmissen. So. Nein, die rote kannst du dir sonst wohin kleben. Ich versuche ja hier irgendwas zu machen. Oh Gott. Der kommt so nah, ne? Der kriegt gleich wieder Lack in den Arsch. Ich merke das schon. Das ist wie beim letzten Mal so. Da waren wir so knapp. Ich war vorne und dann hat er irgendwie drei rote oder so ein Stachik kommt. Wie tief. Ist er gerade in meinem Ding reingelaufen? Oder was war das? Keine Ahnung. Hier nochmal. Als ob das später explodiert ist. Willst du mich verarschen, du blöde Bombe? Du bist ja nichts wert, weißt du? Die rote. Okay. Dann hat er jetzt eben meine Banane. Ist mir auch egal. Oh, geil. Verpiss dich. Blöde rote. Seht ihr das? Er hat eine rote bekommen am Ende. Und wenn ich jetzt nicht zum Blocken gehörte, dann wäre er erster geworden. Leck mich doch. Mann. Sei einem echt nicht gegönnt. Aber ich mag Furious. Einfach wegen so einer Scheiße. Du kannst da richtig rage'n. Und ich liebe das einfach in Mario Kart. Das ist so geil. Wenn du einfach wegen Scheiß-Items betrogen wirst. Das ist schön. Ja. So einen Flughafen hatten wir schon im letzten Part. Ich hab... Ja, wirklich. Das ist eigentlich... Ach komm, mach mir zufällig. Zufall ist das auch gut. Da kommen noch mehr Leute. Geil. Die ich angenommen habe auf meiner Freundesliste. Das ist doch schön. Immer steigerst du dich das mehr. Das Tool. Das Tool. Ich gebe mein Bestes. Ich könnte wieder meinen Kurt wechseln, wenn ich Bucke hätte. Habe ich Bucke eigentlich nicht? Nö. Ich kann so bleiben. Armin hat geschrieben, dass er anscheinend bei mir einen Bart hat. Aber ich sehe da keinen Bart. Ich glaube... Weiß ich nicht, ob das ein Bug ist oder so. Ich habe auf jeden Fall keinen Bart. Das ist mir neu. Sorry. Okay, dann spielen wir halt nochmal Sonnenflughafen. Habe ich nichts dagegen. Dann tun wir das. Ist das jetzt das dritte Rennen? Warte mal. Das müsste vierte, fünfte... Dann müsste es das sechste Rennen jetzt sein. Wenn es das dritte Rennen ist. Haha, ich konnte auch noch denken. Gut, dann ist das die letzte Runde. Für diesen Part auf jeden Fall miteinander. Ich nehme das gerade miteinander auf. Deswegen... Ja, habe ich wieder schön zum Schneiden. Was soll's. Aber es ist angenehmer, wenn ich das in einem Part habe und dann zusammenschneiden kann, als wenn ich jetzt zehn Millionen Mal immer... Ja, ich sage das einfach nicht. Das ist YouTube-Scheiße. Hallo. Was zur Hölle. Mann. Ich wollte gerade schon einen abknallen, aber nee. Ich will auch ein Item. Dann halt nicht. Vielleicht werde ich wieder genudelt. Oh Gott. Der hat so viel Zeugs. Jetzt geht's ab hier. Schön, dass du mir meine ganzen Münzen klaust. Louis. Das finde ich nicht nett von dir. Die nehmen eh das Double-Item. Deswegen nehme ich hier ein Item. Ja, wow. Das beste Item überhaupt. WTF. Wie bin ich da bitte jetzt gerade vorbeigekommen? Ich habe keine Ahnung. Hier seht ihr das schon wieder. Das stinkt einfach nur. Ich wusste das. Das war so klar. Ja. Mann. Das ist so behindert. Furios ist so geil. Lass mich einfach gewinnen. Oder wenigstens in den Top 3. Das geht auch noch. Nein, ich will Erste werden. Schaffe ich dir überhaupt die Abkürzung? Was zur Hölle? Wo war da bitte jetzt eine Banane? Oder von was bin ich jetzt gestorben? Ey, wo habt ihr alle die Items jetzt her, bitte? Ihr habt die richtigen Items jetzt, um mich zu ermobnen. Ich merke das schon. Furios wird so eklig. Das war auch wieder so klar. Hallo? Kann ich mal bitte schneller da hinkommen? Lakitu, du brauchst echt 10 Jahre wirklich bei so einer Scheiße. Ich werde hier genudelt. Das kann auch nicht wahr sein hier. Jetzt habe ich das Item-Pech. Nein, der hat jetzt einen Bumerang, der mir auf den Keks geht. Alter, willst du mich verarschen? Wie kann man in der letzten Runde so betrogen werden? Okay, der ist runtergefallen. Alles klar. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ist hier gleich noch eine Bombe irgendwo in der Ecke? Was soll ich mit diesem Kack-Item? Das braucht keine Sau. Vor allem, das trifft einfach keiner. Jetzt endlich mal. Stirb in der Luft, bitte. Diese blöde Daisy, habt ihr das gesehen? Fuck you. Ich bin noch unsterblich, aber das bringt mir einfach gar nichts. Ich komme nicht an den Donkiko ran. Ich komme nicht an den Rennen mit dem fucking Stern. Der ist mit einer Blume schneller als ich. Das ist echt nicht wahr. Oh, wir sind sogar sieben Leute. The fuck. Null. Ich glaube, da wäre ich zu dumm zum Zählen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. Schon nicht so eine schöne letzte Runde, aber dafür ein schöner, letzter. Schönes, letztes Rennen für diesen Part. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sind jetzt immer wieder von Malikadachdelixi in dieser wunderschönen Lobby, wo ich zerstört werde. Toll. Jetzt sind wir acht. Na geil. Ich nehme Yoshi Tal auf jeden Fall. Geil.